Eines ist klar, wir unterschätzen die Wucht und die Beschleunigung der Veränderungen. Internet und Smartphones waren nur der Anfang. Was momentan im Bereich der Biotechnologie passiert, ist mindestens so revolutionär wie alle digitalen Innovationen. CRISPR-Cas9 ist beispielsweise der sperrige Name eines technologischen Quantensprungs jenseits des digitalen Wandels. Eine Art Genschere, mit der sich Erbmaterial extrem effizient manipulieren lässt. Was Mediziner und Mikrobiologen damit erschaffen werden, wird das Leben vermutlich langfristig stärker verändern als die meisten Apps und Plattformen. Der omnipräsente Begriff Digitalisierung ist deshalb verharmlosend. Die Wahrheit ist, wir sind Zeuge eines historischen Wendepunkts. Eine Art technologisch-wissenschaftlichen Zeitenwende. Aber gleichzeitig sind wir blind vor dem, was uns blüht, seien es soziale, politische oder gesellschaftliche Risiken.